Ja, hallo. In dieser Folge schauen wir uns an, wie man JavaScript in der Funktion nach Variable zuweisen kann und warum das ganz nützlich ist. Zunächst nochmal habe ich hier eine Deklaration einer Funktion, so wie wir das in Folge 7 gesehen haben. Ich habe hier die Funktion hello, ein Parameter name und gebe dann aus hello plus name. So haben wir das letzte Mal gemacht, das ist eine Funktionsdeklaration und dieses Mal schauen wir uns eine Funktionsausdruck oder eine Function Expression an. Ich lege dazu eine Variable an, hello, und weise der eine Funktion zu. Hier muss ich jetzt kein Name vergeben, ich könnte das, mache es aber nicht, brauche ich nicht, wir greifen anders auf diese Funktion zu und mache mal die gleiche Funktionalität wie oben, hello plus name. Ja, den Namen als Parameter, den muss ich hier auch noch reinsetzen. Okay, jetzt haben wir so eine Variable angelegt, gucken wir mal, was da drin ist. Ja, tatsächlich, da ist eine Funktion drin, um die aufzurufen, brauche ich die runden Klammern. Ja, da kann ich jetzt einen Namen übergeben und wunderbar, gebe dann mal hello Joe aus. Ja, warum ist das sinnvoll? Das ist sinnvoll, weil das ist ein unheimlich mächtiges Konzept. Wir können jetzt die Funktion weitergeben, wir können Funktionen abspeichern und es gibt auch Funktionen, die Funktionen entgegennehmen. Ich mache hier mal ein Beispiel, eine kurze Liste. Dann machen wir mal ein paar kurze Namen, Tim, Tom und Joe, ein Array. Und jetzt rufe ich auf diesem Array mal die Map-Funktion auf und übergebe dieser Funktion unsere Hello-Funktion. Und schon führte diese Funktion dreimal aus für jedes Element in der Liste. Und jetzt kann ich ganz unterschiedliche Funktionen an diese Map-Funktion übergeben und jedes Mal wird dann was anderes gemacht und dieses Verhalten habe ich in einer Variable und kann es übergeben. Das ist eines der mächtigsten Konzepte, die wir hier in JavaScript haben. Das ist eine Sache, die JavaScript, ich sage mal, auch so toll macht und so flexibel. Ja, probiert es vielleicht selber mal aus, macht euch den Chrome oder einen anderen Browser auf, geht auf die JavaScript-Konsole, probiert das mal aus und wenn ihr Fragen habt, schreibt ihn in die Kommentare. Das war es für heute. Bis dann. Tschüss.